Wenn ihr keine Möglichkeit habt Pokémon zu fangen, weil ihr mitten in der Pampa wohnt, dann gönnt euch bereits gelevelte Pokémon-Bo-Accounts von unserem Partner iGiWold.com. Der Link ist in der Beschreibung des Videos. Danke! Mal schauen, was wir bekommen werden, sodele, Gibi, ach Krabi, ich bekomme nur noch Shit, ich bekomme auch gar keine 10km Eier mehr, das fackt mich voll ab. So, das nächste 5km Ei, mal sehen was wir kriegen, komm jetzt, Goldini, wie stark, 532, aber nein. Das ist schlecht, das nächste 5km Ei, mein Bruder ist jetzt dabei, alle, zusammen, komm. Uuuuuh, Nidoran, ne, doch Nidoran, 500 fast aber, final, der wird bestimmt übel. Das ist jetzt das 5km Ei, eigentlich sollte das 10km Ei schlüpfen, aber irgendwie ist es hängen geblieben vorhin, deshalb weiß ich jetzt nicht, ob es das 5km Ei ist oder das 10km Ei, aber jetzt werden wir es sehen. Mal gucken, was rauskommt, komm jetzt, aha, aha, welche WP? Boah, Rihorn mit 669, Alter, aber das ist, glaube ich, ein 5km Ei, Rihorn sind soweit ich weiß nicht in 10km Ei, denn, hoffe ich mal, weil das wäre jetzt eine Enttäuschung. Das zweite Ei öffnet sich auch direkt, dieses Spiel ist einfach komplett verpackt, egal, mal gucken, was wir jetzt kriegen. Lapas, ultra geil, das ist das 10km Ei, Lapas mit 1670, ey, AB, 1670, heftig. Heftig, so, das nächste 5km Ei, mal sehen, was kommt, bitte, Goldini, Mann, kein Goldini, bitte, Alter. 536, naja, das nächste 5km Ei, komm jetzt, was gut ist, Blutzug. Ah, 568, aber, nice, ein 2km Ei, Alter, ich glaube, es war ein 2km Ei. Wir haben einen Pikachu, wie stark? 489, ja, das ist okay, das ist okay, auf jeden Fall für einen Pikachu. So, das nächste 5km Ei, mal sehen, was wir kriegen. Gibt was Gutes, gibt was Gutes, komm. Ach, komm, wieder Blutzug, Alter, das war doch schon im letzten Ei oder im vorletzten Ei, sobald ich mich erinnern kann. Kein Sinn, Alter, naja, 583 wenigstens. 5km Ei, Eide. Gibt was Gutes, komm. Oh mein Gott, Kapsel. 423, aber, ist schon okay, aber, naja. So, das nächste 5km Ei, mal gucken, was wir kriegen. Komm schon. Oh, ein Paras, ein Paras. Wie die Stärke, 509, naja, ist okay. Oh, ein 2km Ei. Vorhin habe ich aus Versehen schon eins geschlüpft, erschlüpfen lassen. Jetzt kam Karpador raus, jetzt rauf. Komm, geh nach Hause, Alter, ich bekomme nur noch Scheiße, Mann. So, das nächste 5km Ei. Mal gucken, was kommt. Niduran, 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 wie stark, wie stark, wie stark. 454, naja, nicht so stark, leider ein Shitei. So, das nächste 2km Ei, bitte ein Glumanda, Alter. Oder ein Shigi, oder ein Bisasame, aber nicht irgend so ein Müll. Und wir bekommen Radfatz. Ich glaub's nicht, Alter. Mann, Mann, Mann. 5km Ei. Mal gucken, was wir bekommen. Ein... Bla... Mirabla, glaub ich, ja. Ja, Mirabla. 407 geht schon. Aber ich hatte schon welche mit 500 irgendwas. Von daher... Shit! We get the 5km Reg. Let's see what's in it. Mein Name is Borat. Gib mir Stern, du. Wie stark. 523, ist nicht schlecht. Habe ich zum ersten Mal aus Ei bekommen. Ist gut. 2km Ei. Komm schon. Geiles Pikachu. Ah, schon wieder Kleinstein, Mann. Ich bekomme die ganze Zeit Kleinsteins. Was ist das? 472, naja. So, wir haben ein 2km Ei. Mal gucken, was wir bekommen. Grumanda, bitte ein starkes Grumanda. Hornliu, ja. Ich heule gleich. Ich sehe nicht mal wie... Ah doch, 243. Irgendwie spackt mein Ding rum. Meine Güte, Mann. Wir liegen das 5km Ei. Mal gucken, was wir bekommen. Uuuuh. Iran. Ja, die ganze Zeit. Aber ich habe das schon so fünfmal bekommen. 490. Wer guckt den Kauf? Keine Ahnung. Werden wir sehen. Wer weiß. 5km Ei. Mal schauen, was wir bekommen werden. Komm schon. Stern, du. Mal schauen, wie stark. 512. 512. 512. Geht auf jeden Fall. Ist nicht schlecht. 2km Ei. Mal gucken, was wir bekommen. Ich möchte ein gescheites Glumanda oder sowas. Nicht ein Radfatz, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Gar kein Packlack mehr. Diese Ei-Lack. Mal schauen, wie das so stark ist. Cool. Okay, das ist nicht mal so schlecht. Schlecht. Anscheinend. Naja. Ein weiteres 5km Ei. Komm schon. Gib mir was geiles. Gib mir was geiles. Gib mir was geiles. Goldini. Oh, mein Gott. 526. Ich habe schon stärkere gefangen. Gucken, wie die IV ist. Total beeindruckt. Es kann aber alles. Bla, bla. Naja. So. Das letzte Ei für dieses Opening. Falls euch das ganz gefallen hat, lasst uns ein Like da. Und abonniert uns, falls ihr uns nicht abonniert habt. Und falls ihr Vorschläge habt, was für Pokémon Go Videos wir machen könnten. Uns selbst fällt nichts mehr ein irgendwie. Diese ganzen Vlogs und so. Und da, wo wir gerade sind, sind nicht so viele verschiedene Pokémon. Von daher lohnt sich das nicht wirklich. Naja. Mal schauen. Das ist wieder ein 5km Ei. Was bekommen wir? Oh. Batterie ist leer. Arcani. Final, Alter. Das erste Mal, dass ich den... Nicht Arcani. Fucano. 740. Ok. Passt schon. Den hatte ich letztes Mal auch, glaube ich. Ja, Mann. Den hatte ich letztes Mal auch. Sogar beim letzten Ei. Man fällt mir gerade ein. Jetzt wieder das letzte Ei. Fucano. Ja. Gut. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Tschönt! Tschüssß! Vielen Dank.